Herzlich Willkommen zu einem neuen YouTuber-Special von Minecraft PvP. Ja diesmal ist der nette Maximeppl, keine Ahnung wie der genau heißt. Ich habe auch keine Ahnung wer das ist. Aber er hat einen YouTube-Rang, also gehört er mit in diese Reihe hinein. Ich habe das Video gerade aufgenommen, als ich gerade ein Video hochgeladen habe. Deswegen fliege ich hier auch durch die Luft hindurch. Und der ist eigentlich noch Kilometer weit weg von mir. Ja was soll ich sagen? Es geht einfach los, wie es immer losgeht. Achso der verfolgt mich gar nicht oder? Aua doch, er verfolgt mich, aber er ist Kilometer eigentlich weit weg. Aber naja, Internet laggt oder der Server laggt, ich weiß es nicht. Ich schwimme jetzt einfach mal hier frohen Mutes durch und er haut ab vor mir. Mal schauen wie die, ja Maximeppl, Mäpple, Mappe oder was auch immer. Vielleicht ist da noch eine Kiste drin, ich weiß es nicht. Was soll das eigentlich darstellen? Da ist keine Kiste. Soll das eine Art, ähm, diese Dinger da, wie heißen die? Mutterkross? Nein, Mutterkross nicht. Die Dinger übers Wasser sein, ich weiß ja auch nicht. Das sind Bojen mit, ähm, Dings. Und ich bin wieder mal sehr gut informiert und sehr vorbereitet auf diese Folge. Aber naja gut, was soll's. Na, na, was soll's. Ähm, wir spielen auf dem GOMO HD Server, auf der Map GOMO Park. Und was soll ich sagen? Es leben nur noch, äh, 31 Spieler und wir schwimmen durchs Wasser. Eigentlich hab ich, äh, wollte ich nur die Achievements, ähm, getten, also ähm, bekommen. Und deswegen hab ich hier gespielt heute und ich wollte hier, äh, ich hab mir die Map rausgesucht, dass ich vielleicht eine Angel bekomme und dann den Angler zu machen, also den, ja, das Achievement Angler. Aber irgendwie, oh, da hab ich ja noch was gefunden, das hätt ich jetzt nicht gedacht. Aber, ja, irgendwie hab ich bis jetzt noch keine Angel. Ich hab zwar Gold und Gold und Gold, aber naja, wer weiß, was wir noch hier finden. Uh, da ist auch noch Zeug. Äh, jetzt erstmal hier alles schön sortieren. Heute bin ich irgendwie sehr langsam beim Sortieren. Komm weg damit. Goldharnisch braucht keiner. Außer wenn man noch nichts hat, was die Brust bedeckt. Ja. Hm. War da nicht rechts einer? Ähm, könnt ihr nochmal da kurz zurückgehen und dann schauen, ob da nicht einer war? Oh, da hat einer was gekaut. Oh, au, ah, ih, ah, schnell weg! Ähm, Maxi Meppel, Maxi Meppel ist gestorben und jetzt setz ich hier erstmal TNT und versuch mir den vom Leib zu halten. Aber wir werden, der ist gleich hinter mir und bringt mich um. Ach nein, der ist ewig weit weg. Ja, der ist ewig weit weg. Und da ist doch ne Kiste links neben dir. Wieso siehst du diese Kiste nicht, wenn die andere dort noch leer war? Bin ich doof? Naja gut, aber das zweite Goldschmett behalte ich mal. Weil ich... Ups. Naja gut, weil ich... Ähm, falls das... Ja, die halten ja nicht zu lang, dann kann ich die zusammencraften. Dann hab ich wieder ein ganzes oder so. Naja gut. Äh, wo gehen wir denn jetzt am besten hin? Auf diesem Gommepark? Ich würde mal sagen, erstmal an Land. Denn wir haben immer noch keine Angel. Unser einziges Vorhaben ist eine Angel. Und ja, eigentlich war das mein einziges Vorhaben in dieser Folge. Und die wollte ich auch eigentlich gar nicht aufnehmen. Aber dann hab ich gesehen, oh! YouTuber-Alarm. Und das mach ich ja nicht, um Klicks abzugreifen. Denn... Es ist einfach ne... Äh... Ja... Es ist einfach Minecraft PvP. Ich weiß sonst nicht, was ich sonst noch aufnehmen soll. Denn immer das gleiche und bla... Ist ja auch irgendwie langweilig. Deswegen hab ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht, immer wenn ein YouTuber... Da ist doch eine Kiste, du doofdödl. Vor dir geradeaus gewesen. Ähm... Oh... Oh... Ja, gut. Kann ich das auch wegschmeißen? Jetzt hab ich auch Essen. Nein, so... Und jetzt erstmal... Ja, 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 ja. Wir haben ja ein Steak wegsnacken und so. Und jetzt in den Zug. Was auch immer das für ein Zug sein soll. Uh, den Teil hier war noch niemand. Das ist sehr schön. Nein, hier hin. Oh... Da war ich ja noch nie. Okay. Brauche ich nicht. Okay. Mal schauen, ob mir davon irgendetwas was bringt. Ja, natürlich sammle ich es dann auch gleich wieder auf. Zack, zack. Ich frag mich, was das für ein Raum ist, aber... Oh, Hosen, Hosen, Hosen. Immer schön. Immer schöne Hosen. Und ein Tracker. Der ist sehr schön und noch was zum Essen. Jetzt gehen wir erstmal komplett durch den Zug durch. Und dann schauen wir mal, wie lang geht eigentlich die Folge. Ich glaub, die geht so sieben Minuten. Na gut, das kann ich auch sagen. Ihr seht's ja unten. Ich bin an der Kiste vorbeigerannt. Wieso? Vorhin habe ich sie gesehen und jetzt... Da ist irgendjemand gestorben. Aber der war zu doof, um dann da hinten reinzugehen. Oder der hat sich selbst umgebracht. Wer weiß. Na gut, vielleicht reißen wir jetzt noch was. Wer weiß. Ich hoffe es mal. Jetzt erstmal durch dieses dicke Gestrüpp hier. Wenn man das seiner Freundin sagt. Oh Gott. Naja. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Ich esse einen Apfel. Ja, gesund. Leben ist immer schön. Äpfel sind gesund. Und da unten ist ein Spieler. Komm, schnell hin. Ah. Aua. Da sieht man, dass es etwas vom Internet leckt. Ah Mist. Schade. Ja. Ja.